Der Titel des Europameisters geht eindeutig an Irland. Nein, nein, natürlich nicht im Fußball, sondern eher was das Feiern anbelangt. Das Green Farm Festival in Albert-Muss war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Fünf Bühnen, Konzerte, Sessions, Irish-Tanz, irischer Markt, ein Kinderspiel-Panzen, im Prinzip also einfach alles, was das Herz begehrt. Klar, dass der Richter viel Massen den Weg auf den Haus gerufen hat. Und das Beste, der es gestern verpasst hat, hat auch heute und sogar morgen noch eine Chance. Das Green Farm Festival in Albert-Muss war auf jeden Fall. Das Green Farm Festival in Albert-Muss war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Das Green Farm Festival in Albert-Muss war auf jeden Fall. Das Green Farm Festival in Albert-Muss war auf jeden Fall. Das Green Farm Festival in Albert-Muss war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Kann ich euch rufen, wenn ihr in der Kasse nichts mehr seht? Okay.